Jo Leute, somit herzlich willkommen zu dem nächsten Mappen-Update und zwar zur Match-Text-Extra-Serie aus diesem Jahr vorne drauf sind Werner, Han, Zulu, Uth, Robben und Goretzka Leute, hier sind noch die Zweitliga-Logos und hier die Erstliga-Logos fangen wir einfach mal an mit der Mappe ich habe alle Base-Karten, die Special-Karten fehlen mir und das sind diesmal auch ein paar mehr also man hat während der Serie die 1-Out-Sort geändert da hat man zwar ja vorher von der Seite, jetzt ist es wieder von oben da sind jede Mannschaft hat drei Base-Karten, da haben sie wieder zurück gemacht ich blätter das einfach mal die Base-Karte war noch nicht wirklich schwer zu bekommen weil man hatte nach einem Display fast alle Base-Karten voll dann kommen wir zu den Auswärtstrikot-Karten das ist hier mit den ganzen Trikots, die sehr auswärts immer spielen dann die Du-Karten, es gibt Mittelfeld, Du, Sturm, Du, Defensiv, Du, Kreativ, Du, ähm sehe ich noch ein Du, Doppel-Sex das sind die ganzen Du-Karten, die es gibt Leute, dann kommen wir zu den Zweitliga-Logos da fehlen mir noch ganz schön viele besser gesagt sieben ich habe das von Union Berlin, Bochum, Duisburg, Ingolstadt, Kaiserslautern, Kiel, Nürnberg, Regensburg und Sandhausen wenn wir mal gucken, mir fehlt noch das von Sandpauli, Heidenheim, äh Sandpauli, Heidenheim, Fürth jetzt gucken wir mal da, Düsseldorf, Dresden, Braunschweig und Darmstadt und das von Aue dann kommen wir zu den Base-Karten, da geht der Mannschaft eine die waren auch nicht schwer zu bekommen aber jetzt kommen wir zu den Nationalspielern-Karten da sieht das schon wieder anders aus da habe ich gerade mal acht Stück, das heißt noch nicht mal die Hälfte ich habe Lecky, Götze, Abraschi, Salif, Sané Gulashi, Arunges, Westgat und Lewandowski hier sieht das schon ein bisschen besser aus bei den Torkarten da fehlen mir noch sechs da habe ich Iwisevic, Delaney, Kagawa, Haller Stenzel, Klaus, Uth, Sörensen, Boomer, Alario, Robben, Kono, Prianka und Badstuber das heißt wir fehlen noch von Augsburg, Hamburg, Mainz, Gladbach und Wolfsburg die Torkarten dann Matchwinner, da fehlen mir noch zwei Stück einmal der Herr Mitchellweiser von dem Lebenverein Hertha BSC und Jethro Willems von der Eintracht sonst habe ich alle Matchwinner, auch die Klub 100 und hier Hey, Trikellen, da fehlt mir noch einer und das müsste immer noch ja, das ist glaube ich immer sogar noch der ich hatte jetzt mal rausgeschrieben, wer es war ja, Isaac von Nürnberg ist es da haben wir nämlich Finn Burgesson und Aubameyang Polter, Conrad, Andersen und Dux das heißt es fehlt noch Isaac hier Verletzungen und Ballbesitz, Taktikkarten hier die ganzen Trikots einmal gab es die Auswärts Trikot Karten und hier die Trikot Karten und dann habe ich hier noch kurz ein paar solche drei Codes, drei Superpäckchen hatte ich oder wie das Ding auch immer hieß dieses Superpäckchen, ja so Leute, das war's wenn ihr Karten habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare wir können gerne tauschen Leute, bis zum nächsten Mal Tschau, Tschüss und auf Wiedersehen das war's ich bin Bis zum nächsten Mal.